Yo moinsen Leute, ExoPain hier Und heute zeige ich euch, wie ich meine 80er crafte Nach verdammt langer scheiß Farmerei Und es war wirklich richtig Farmerama Habe ich jetzt, ähm, so ziemlich hier drei Barkfragmente Wo sind die Teile? Äh, äh, da Diese scheiß Teile, Alter 21 Millionen, Alter So viel Gefahr, man hat so viel Geld ausgegeben Damit ich mir die hier machen kann Jetzt sind wir durch Gleich Fail Nein, oh, schönes Teil, hängt sofort dran Mal sehen, also ich habe meine 70er, meine, äh, alte halt Das kann man in meinen alten Videos halt eben sehen, wie die aussah Und wie viel 17.916, äh, 17.916 schon sofort Nicht schlecht Also, ja Da ist das gute Stück Und jetzt werde ich das gleich noch ein bisschen bearbeiten Mit, äh, bestimmten Rollen wie Blutrausch Und, ähm, Leopard halt Dass das Ding halt richtig fett auf Speed ist Und vielleicht werde ich das noch, wenn ich genügend Geld habe Keine Ahnung, vielleicht plus 11 machen oder irgendwie so Ähm Gehen wir erst mal zu Kohlen Nein, nicht Rochester Ich will nach Kohlen Ich muss zu Fergus Die geile Sau Oh, Mann, ey Ich fühle mich jetzt richtig erleichtert So, nur das Ladeböllschirm Enttäusche mich jetzt nicht Oh mein Gott Ich dachte schon, dass das Game ist hängen geblieben So Die hat schon einen ordentlichen Weißtun Ist die normalerweise so immer? Ja Ich probiere mich dann nachher, die noch ein bisschen umzufärben Um zu färben So Da Da, da müssen wir hin Warte, warte Was will ich zuerst machen? Am besten zuerst mal Tränke machen Ähm Shit, wie heißen die Teile überhaupt auf Englisch? Ähm, ähm, ähm Sortieren Ähm, 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 ähm 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 Ob ich die jetzt eigentlich Verdammt noch mal In die Versoffen Da So hießen die ja Da vorn Nehme ich mir erst mal Vier Ne Machen wir gleich mal Acht draus Und Von den roten Ähm Nehme ich mir auch noch ein paar mit Für alle Fälle So Dann gehen wir mit dem Schirmteil erstmal rüber Und versuchen die Rollen drauf zu machen Ich hab irgendwie trotzdem Scheißgefühl, dass das failed, aber egal Auch wenn ich fail, mach ich weiter dann mit dem Video Ähm Craft Equipment Nein Craft Magic Item Ähm, was? Ein Schenso Da muss man jetzt recht drauf gehen So Dazu machen wir Da kommt zuerst die Blutrausch Oder Blu, äh, Bloodlast Wie man die nennt Ja Ja, machen wir jetzt erst die Ähm Noch eine Premium Verzauberungsruhne Ja, passt So, dann erhöhen wir mal die Chancen Okay Oh, fuck off, man Was ist das? Noch zwei Versuche Scheiß drauf Machen Oh ja, man, geil Ist drin Puh So, die erste ist drin Oh mein Gott So Jetzt hatte ich schon mal plus drei Balance dazu Plus fünf ATK Äh, Techspeed Und 150 ATK noch zu Standard drauf So Als nächstes machen wir jetzt den Leopard drauf Ah, das wird knapp Ich mach die Hunde zu Fuck, nein, man Ah Na gut Jetzt ist die Rune weg Jetzt hab ich noch einen zweiten Versuch über Schiatt Warte mal, wie viele Blessed hab ich eigentlich noch? Scheiße, ich hab gar keine Blessed mehr, oder was? Also gesegneten doch zwei Weil die zwei müssten eigentlich reichen Wenn ich gleich zweimal 50 oder so bekomme, dann wär das gut Gut, ähm So, jetzt tue ich halt die schlechteren rein Das heißt, wenn ich jetzt feile, ist die Rolle weg Naja, die Rolle ist zwar nicht so fett teuer, aber Trotzdem will ich das an der Kasse jetzt ziehen Wenn ich jetzt die nochmal kaufen müsste Oh, das geht Komm schon, jetzt hab ich sogar ein Prozent mehr Komm, bitte mach, 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 mach Junge, das gibt's doch nicht, ey Die ist nicht drauf Ah, scheiße Nee, ich wollte gerade sagen, ey So Okay, dann hab ich erstmal jetzt Die Rolle drauf Muss ich mir halt eben später Das draufpacken Scheiße Ähm Okay Kaufen wir uns erstmal hier ein paar Steine Kann ich irgendwas repäern? Nee Dann hab ich das auch hinter mir So Dann fangen wir mal an Plus eins Plus zwei Plus drei Ab da Sofort da Das rein Das rein Das rein Schon mal plus sechs Okay Let's plus sechs Sorry Plus sieben Also das könnte jetzt von mir aus die ganze Zeit so durchlaufen Wäre nicht schlecht Aber wird's natürlich nicht Scheiße Komm schon Noch zwei Stufen Das muss jetzt reichen Nierd Wird nicht reichen Jetzt komm einfach Geh einfach auf zehn jetzt Natürlich muss es nicht drauf gehen Mein Gott Hätte ich das nicht erwartet Oh Mamma mia So Muss ich mir wieder Powered holen Muss ich wirklich das komplett aussteigen Ah mein Gott Also holen wir uns einfach noch mal Zwanzig Zwanzig Hab ich gesagt So Gott geht das auf die Nerven Wenn irgendwas daneben geht Was man eigentlich nicht so haben will So Ab hier ende ich das Video Ich werde jetzt nicht mit Ohne Ruhe und das probieren Also plus neun habe ich bis jetzt Und Ja mal schauen Ich werde das später vielleicht noch durch das Event Was am 22.06. Oder 23.06. Kriegen wir da noch diese Coupons Vielleicht werde ich die noch da plus 15 machen Reingehaut Leute Ne Ja